Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Back am Start. Ich darf euch nach einer verlustbedingten Auszeit, nun doch früher als eigentlich antizipiert, wieder willkommen heißen. Nach der misslungenen Blood First Session, habe ich hierfür aber mal wieder den Anbieter gewechselt. Von Hexo führte der Weg zu dem etwas unbekannteren Anbieter Thunderkick. So manche, die mich schon etwas länger verfolgen, kennen den Anbieter vielleicht, so manche andere vielleicht auch nicht. Prinzipiell spielt es aber auch gar nicht zur Sache. Ich probiere mich, heute nämlich zum ersten Mal, am brandneuen Dionysus Golden Feast Slot. Auf den ersten Blick hin erinnert mich der Slot mal mindestens designtechnisch an Midas Golden Touch. Genau deswegen freue ich mich auch auf ein paar Bonus Buys. Eine gewisse Ähnlichkeit ist hier auch irgendwie gegeben. Ich meine, sei es Midas oder eben Dionysus sind beides mal mindestens Götter in irgendeinem Sinn. Dionysus ist halt meines Wissens nach der Gott des Weines. Das vermute ich mal mindestens, anhand des Designs. Meine Geschichtsstunden liegen aber auch schon lang in der Vergangenheit. Genau deswegen kann ich dazu auch gar nichts genaueres verlieren. Ich widme mich halt hauptsächlich dem Slot, kaufe mir mal ein paar Freispiele und hoffe, dass ich heute mal nicht enttäuscht werde. Monetär ist es mir egal. Der letzte Slot hat mir aber wirklich visuell nicht zugesagt. Und naja, offen gesagt hoffe ich, dass das bei Dionysus Golden Feast mal nicht der Fall ist. Bevor ich jetzt aber noch stundenlang quatsch, starte ich mit dem ersten 850 Euro Bonus. Währenddem wir uns die Animation anschauen, möchte ich kurz ein Wörtchen zu meinem nun erstellten Gewinnspiel verlieren. Ich habe endlich das lang versprochene Gewinnspiel gehostet bzw. sehr eingeleitet. Diesmal ist es etwas kleiner ausgefallen. Ausschlaggebend dafür waren eigentlich nur meine kürzlichen Akquisitionen. Ich bin, naja, mal mindestens in liquider Art nicht allzu gut aufgestellt und genau deswegen habe ich den Gewinnbetrag halt etwas runtergeschraubt. Ich möchte es halt, auch wenn ich es vielleicht könnte, nicht an ein Casino binden, sondern eben aus eigener Tasche bezahlen. Und genau deswegen ist es diesmal mal ein etwas kleineres Gewinnspiel. 1.000 Euro sind aber auch so noch immer 1.000 Euro. Allzu schlecht ist es ja nicht und vielleicht zahlt es sich ja auch irgendwie aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Für die Teilnahme ist wie gehabt natürlich weder ein Abonnement noch ein Like erforderlich. Freuen würde ich mich darüber trotzdem. Essentiell ist es für die Teilnahme, wie bereits erläutert, aber auch nicht. Da wir das jetzt aber endlich beiseite geschafft haben, können wir uns den Slot widmen. Wie man erkennen konnte, ist es eigentlich ein Midas Golden Touch Remake, nur dass ich hier halt keine Wilds, sondern Mystery Drops bekomme. Die Mystery Drops geben mir, sofern das jetzt immer dasselbe ist, eine garantierte Verbindung. Wenn ich mehrere Symbole bekomme, leveln die mir das Symbol hoch, wobei Dionysus wahrscheinlich das Top-Symbol wäre. Das möchte ich im besten Fall aber lieber als bei einem größeren Bonus betrachten. Das wäre dann mal mindestens relevant, sonst wäre ein Fullboard auf den Neunern auch akzeptabel. Also nicht schlecht, nicht gut, halt akzeptabel. Es ist ja eh fast ein Fullboard. Ich meine ein extra Brett wäre nett gewesen, aber auch so sind es 900 Euro. Es ist mal das erste Profit-Feature. Und genau mit einem solchen können wir den ganzen Spaß auch gerne starten. Wobei das Ergebnis des Bonuses ganz offen gesagt auch egal ist. Ich meine der Maximalansatz beläuft sich in dem Slot auf 200 Euro. Somit beläuft sich der Maximalbonus auf 17.000 Euro. Und in solchen werde ich mir heute wahrscheinlich auch genehmigen. beziehungsweise sie gönnen. Ob es sich dann auszahlt oder eben nicht, wird sich zeigen. Ich habe in den letzten Tagen eh selten gespielt. Bis auf den Bloodfirst-Abstecher. Und ein paar Crazy-Time-Runden lief es im Großen und Ganzen eh ganz solide. Genau deswegen gehe ich das Ganze mal optimistisch an. Heißt jetzt nicht, dass ich dann auch optimistisch rausgehe. Recht wäre es mir aber trotzdem und allzu schlecht ist der Bonus ja gerne. Ich bekomme hier mit Symbol vielleicht eine Verbindung. Ein Symbol auf der 2 wäre schön. Ist es aber nicht. Der erste Bonus ist ein Profit-Bonus. Wobei der Profit jetzt kaum der Rede wert ist. Auf den Einsatz bemessen ist es solide. Ich verdoppel fast den Einsatz. Gewinnmäßig sind mir 700 Euro. Leider Gottes, aber wirklich egal. Genau deswegen schrauben wir den Einsatz auch mal auf ein paar relevantere Einsätze hoch. 4.250 Euro klingen. Schon etwas besser. Sind auch etwas teurer. Und hoffentlich auch etwas besser. Ein netter 1000x-Bonus. Könnte sich auf so einen Einsatz auf jeden Fall sehen lassen. Ich würde mich darüber freuen. Gib mir also im besten Fall ein Full-Board. Und dann irgendwie ein Level-Up auf ein gutes Mid- oder Top-Symbol. Wobei ein Top-Symbol natürlich am besten wäre. 10er all the way. Könnten das Ganze aber auch ganz gut starten. Wobei ich schon ein paar Drops bräuchte. Wie eben auch in Midas bekäme ich mit diesen 3 Scatter-Drops ein Re-Trigger. Wobei die Chance auf Re-Trigger in den Slots immer kaum gegeben ist. Genau das bekommen wir auch zu Gesicht. Es sind da diese Re-Spin-Slots. Da bräuchte ich schon eine Menge Glück. Und das bleibt mir mal mindestens noch verwehrt. Insgesamt ist der Bonus sowieso zum Vergessen. Ich habe 4.250 Euro auf den Tisch gelegt. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt ziehe ich nicht 1.000, nicht 500, sondern 0 Euro wieder. Ja, vielleicht wird es ja besser. Mit, ja, Deadspin nach Deadspin nicht. Irgendwie könnte ich es aber auch so noch ausgehen. Ich kriege hier auf jeden Fall mal ein paar 10er und ein paar 9er. Wobei, ja, das Gesamtplacement zu wünschen überlast. Es ist halt wieder zum Vergessen. Ich bekomme natürlich auf den bis dato größten Einsatz den schlechtesten Bonus. Aber ich das vielleicht etwas zu früh sage. Schlecht ist der Bonus, das stimmt. Bei dem Einsatz kann ich mich aber auch kaum beschweren. Und, naja, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Jacks verbinde, wäre ich auch so gut im Geschäft gewesen. Diese Wilds geben mir ja immer einen 2er-Multi. Und die Multis addieren sich gegenseitig. Das heißt, ein Full-Build hätte mir jetzt selbst auf Jacks locker 15.000 Euro gezahlt. Und so wird es vielleicht ein Hit oder keiner. Insgesamt ist es ein schwieriger Bonus. 750 Euro Cashback sind für ein 4.000 Euro Feature halt kaum der Rede wert. Ohne Extra-Hits wird es auch nicht mehr. Es ist halt ein Hit auf dem Zweier. Es sind 1.200 Euro. Insgesamt ist es, ja, ein Drittel Cashback. Gesehen hat man schon ein Schlechteres. Freuen kann ich mich über einen 2.300 Euro Verlust. Aber auch nicht. Und, naja, genau deswegen schrauben wir den Einsatz wieder ein bisschen hoch. Diesmal verdoppeln wir aber nicht. Ich gehe mal auf 75, kaufe mir also ein 6.400 Euro Feature. Je nach Resultat des Bonuses probiere ich mich post des Features eben an einem 17.000 Euro Bonus. Oder halt auch nicht. Wir werden es sehen. Wenn es ein gutes Feature ist, kaufe ich mir vielleicht noch ein Pendant. Sonst wird es wahrscheinlich sofort der Max-Bonus. Ganz aufgeben werde ich den Spaß aber auch nicht. Ich bräuchte für eine gute Session entweder ein Fullboard auf den Jacks. Das ist sogar nicht mal so schlecht. Oder ein Upgrade. Wobei nichts von beiden kommt. Es sind halt 1.500 Euro. Es ist besser als nichts. Phänomenal läuft es aber auch so noch nicht. Ich bräuchte im besten Fall halt ein Upgrade auf Kings oder Whites. Das ist ein Retrigger. Glaube ich mindestens. Genau und solcher ist es. Ich bekomme 4 extra Spins. Es ist ein etwas schlechterer Retrigger. Wie eben bei mir das. Aber auch so sind ein paar extra Spins solide. Ich save mir auch mal einen 9er. Wobei ich halt trotzdem ein paar Verbindungen bräuchte. Ohne die würde es nichts. Und auch wenn ich es mir irgendwie einreden möchte, kommen die Verbindungen noch nicht. Geschweige denn es wird ein Fullboard auf den Kings. Ich meine diese Line ist zum vergessenen Fullboard wäre eigentlich gut gewesen. Das zahlt 150x, 200x. Das hätte also allenfalls gereicht. Sonst sind ein paar Level-Ups auch okay. Ich bekomme jetzt Aces. Könnte man verbinden. Bei mindestens mit ein bisschen Optimismus. Jetzt wäre eine Verbindung von Nöten. Kommt natürlich nicht. Es sind zwei Vierer. Fünfer wären, ja, Fünfer so viel gewesen. War mir logischerweise nicht gegönnt. Insgesamt kann ich mich bei dem Ergebnis aber auch nicht beschweren. Ich kriege hier fast ein Fullscreen. Nähe mich langsam aber sicher auch dem Break-Even-Bonus. Und, naja. Schlecht ist das Lot auch nicht. Es sieht nicht aus. Zahlt ganz solide. Ist jetzt vielleicht nichts, dass ich Tag ein, Tag aus anzocken würde. Für ein paar Abstecher. Ist es aber eine mittelmäßige Wahl. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Also, verstehe mich nicht falsch, auch nicht super. Ich hätte ganz offen gesagt reguläre Midas-Freispiele besser gefunden. Vielleicht ist das aber auch aus Lizenzgründen nicht möglich. Vielleicht wollten die auch was Neues raushauen. Ich habe da kein Wissen. Trotzdem bin ich gar nicht so unzufrieden. Ich finde es solide gemacht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt zahle ich es auch so halbwegs aus. Mit einem extra Retrigger oder einem Fullboard auf Aces wäre es noch ein Stückchen besser. Eine Chance hätten wir auf jeden Fall. Ausnützen werden wir die nicht. Ich bekomme ein bisschen Profit. Aber halt nur ein bisschen. Mit den Weintrauben könnte es gut werden. Weil mindestens dann, wenn ich die jetzt all the way verbinde. Das ist stark. Das ist ganz und gar nicht schlecht. Ein Upgrade wäre Bombe. Aber auch so kann es sich sehen lassen. Das sind 4.500 Euro. Also auch der zweite Profitbonus. Das passt auf jeden Fall. Kommen wird im letzten Spin wahrscheinlich nichts. Und genau, naja. Das tritt auch ein. Trotzdem ist es ein Profitfeature. Ich gewinne ein bisschen was. Drücke jetzt vorm Kauf des letzten Bonuses auch noch ein paar Spins do. Tut mir leid, dass ich mich gerade ein bisschen verdrückt habe. Ein paar reguläre 200 Euro Spins sind aber auch so noch drin. Vielleicht kommt was. Vielleicht auch nicht. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Wobei das insgesamt unwahrscheinlich ist. Vielleicht kommt es trotzdem. Gib mir ein drittes Getter. Das ist ein Bait. Ja, schade. Auf 25.000 gehen wir trotzdem runter. Dann kaufe ich mir eben einen Top-Bonus. Vielleicht gebe ich nicht. Bis dahin auch irgendwie ein bisschen was. Ein Passments habe ich. Auf jeden Fall noch. Dann wird es ein Top-Bonus. Und nach dem Top-Bonus werde ich es dann auch belassen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hatte ich eine Menge Spaß. Vielleicht zahlt sich der Spaß auch noch irgendwie aus. Ein paar Spins mache ich auf jeden Fall noch. Runde auf 27.000. Dann kann ich mir einen 17.000 Euro Bonus kaufen. Und selbst nach dem Feature wären noch 10.000 Euro über. Damit könnte ich dann auch ganz okay leben. Wobei ein 14.000 Euro Verlust mir ja auch nicht 100% recht wäre. So weit kommt es aber gar nicht. Ich hole mir jetzt einen Maximalgewinn. Es ist auf jeden Fall ein gewisses Risiko, dass ich hier eingehe. 17.000 Euro sind zum Zeitpunkt der Aufnahme halt doch um die 0,7 BTC. Mal mindestens dann, wenn ich es jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen verrechnet habe. Es kann auch sein, dass es 0,8 BTC sind. Wenn ich das jetzt richtig kalkuliert habe. Naja, sind es auch um die 0,8 BTC. Darauf wetten würde ich jetzt aber auch nicht. Ich könnte es rein theoretisch abchecken. Ist im Betracht aller Dinge aber auch irrelevant. Ich brauche ohnehin unabhängig vom Einsatz einfach ein paar gute Verbindungen. Wenn die kommen, sind wir im Geschäft. Wenn die nicht kommen, wird es halt nichts. Typisch wäre es, wenn ich im letzten Bonus eine Klatsche kassiere. Vielleicht werde ich heute aber mal mindestens oder mal irgendwann eines Besseren belehrt. Ein 7.200 Euro Hit ist hierfür ein ganz guter Einstand. Ein zweiter von der Art wird mir eigentlich schon einen Arsch retten. Vielleicht kommt er gleich. Ich gebe mir noch ein paar Queens. 2, 3 Full Lines und ein Wild. Ja, etwas schlechter. Aber selbst 1.000 Euro nehme ich mit. 2 Gold Symbols sind nicht schlecht. Bekommen Aces. Mit ein bisschen Optimismus könnte ich ein paar verbinden. Ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen. Gib mir bitte, bitte, bitte. Noch ein paar extra Symbols. Oder ein Retrigger. Oder gar nichts. Es wird, so wie es aussieht, wahrscheinlich ein Minus-Feature. Geschweige denn, ich kriege 9er. Ja, Jacks sind hart. Ein Upgrade ist aber auch so okay. Ein paar Kings passen besser, zahlen das eineinhalbfache. Kommen sogar mindestens mal zum Teil. Auf der 4 wären jetzt ein paar Kings gut. Lassen sich aber nicht sehen. Trotzdem ist es insgesamt ein akzeptables Resultat. Mit Glück gehe ich mit über 20.000 Euro raus. Sonst verliere ich im schlechtesten Fall halt um die 5.000 Euro. Damit könnte ich leben. Das wäre mir ganz offen gesagt recht egal. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht lieber gewinnen würde. Und solche gewinnen würde, so wie es aussieht, aber nicht kommen. Und genau, so ist es auch. Ich verliere beim ersten Thunderkick-Abstecher im Jahr 2023 ein bisschen was. Beschweren möchte ich mich heute aber gar nicht. Ich habe ein bisschen was umgesetzt, habe nicht viel verloren. Genau so soll es laufen. Und genau, so kann ich auch gut leben. Über ein Like und ein Abo würde ich mich trotzdem freuen. Cheers!